Hallo liebe Leute, der Tag aus Pennsylvania ist wieder da mit dem Pensilphonisch-Deutsches Wort für euch, für heute. Und deshalb bringe ich ein Wort, die ich auch, auch viel gleiche. Und es ist die Grex-Miel. Die Grex-Miel. So in Pensilphonisch-Deutsch merken wir das Wort Grexer. Und Grexer auf Pensilphonisch-Deutsch ist Beklagen oder Beschweren oder Krexen. Das ist, wenn man immer so beklagt. Das ist Grexer. Und ein Miel kommt von das Hochdeutsches Wort Mühle. So ein Grex-Miel ist aber, da ist alles was am Grexer oder alles was am Beklage. Und ich kenne viele Leute, die Grex-Mieler sind. Und ich glaube vielleicht, du kennst aber auch so, was ein Grex-Miel ist. Ich weiß nicht, ob das Wort in Pelzisch oder in Hessisch oder in Badisch gäb es oder nicht. Und in Saarländisch. Aber bei uns in Pensilphonisch-Deutsch merken wir das Grex-Miel. Sogt auch Grexer in Deutschland? Ich weiß nicht, aber mir sagt das doch bei uns. Beklage sagt man nicht, mir sagt Grexer. So ein paar da alles was immer am Beklage ist, ist ein Grex-Miel. Gutes Wort, glaube ich. Ist ganz, ja, ist gutes Wort. Hey, bis es nächstes Mal. Sag Grex-Miel zu einem der ein Grex-Miel ist. Bis mal sehen, ob was rauskommt. Ajo, bis es nächstes Mal. Mag's gut.